Влад und Siki Nikitochka Was? Nein, 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 Chris Ah Christian Christian, wach auf Bye, bye Hey, Niki Hey, nein, was machst du da? Hey, Niki Hey Oh Jungs, renn doch nicht hier herum Hm, hm, hm Aha Cool Warum hast du das getan? Oh, meine Kinder No, nein, nein, nein Na, 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 na Nein, 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 nein dirt Oh, oh. Bye, bye. Was? Aha, ich werde dich kriegen. Oh, oh. Stopp. Nein, auf die Plätze, fertig, los. Oh. Hey, stopp. Aha. Oh, meine Kinder. Oh. Oh, vielleicht kann mir jemand helfen. Hey, das ist mein. Mein. Wo ist Mami? Komm, wir suchen Mami. Ja. Mami. Mami. Mami, wo bist du? Oh. Mami, da bist du ja. Hi, Jungs. Kommt, helf mir. Okay. Was machst du, Mami? Ich baue ein dreistöckiges Haus. Die erste Etage, die zweite, die dritte. Wow, das ist wie ein riesengroßes Haus. Zeit zu bauen. Ja. 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 Gib mir Bausteine. Niki, wir brauchen mehr Bausteine. Okay. Hi, wir brauchen mehr Bausteine. Okay. Oh, Pupschrauber kommt. Niki, komm schon. Das ist für dich. Halte das. Super. Das Erdgeschoss ist fertig. Oh, noch nicht. Das wird ein schönes Haus. Der erste Stopp ist fertig. Oh, ja. Oh. Hahaha. Gut gemacht. Komm schon, Niki. Oh. Es ist höher als ich. Ja. Niki, hast du Blatt gesehen? Oh, da ist Blatt. Ich zeige dich. Erste Etage, fertig. Zweite Etage, fertig. Dritte Etage, nicht fertig. Komm, Niki. Arbeiten. Okay. Oh, ja. Komm schon, komm schon. Stopp. Oh, der dritte Stock wird der coolste. Ja. Oh, fertig. Jungs, unser Haus ist fertig. Ja. Jungs, ich komme. Ich will in die dritte Etage. Ich will in die zweite. Okay. Ich mag den zweiten Stock. Hi, Niki. Hi, Blatt. Hi, Jungs. Ich bin hier. Oh, Jungs. Wir brauchen Möbel. Ich rufe beim Möbelhaus an. Ich auch. Hallo, Pepe, Pepe, Pepe. Okay. Okay. Haya! Wladensiki! Danke! Blatt, das ist dein Zimmer. Schön. Vertrautes Heim, blick allein. Willkommen in mein Zimmer. Ich habe einen Fernseher. Ich mag mein Zimmer. Jungs, Blatt, Niki, willkommen in meinem Zimmer. Gefällt es euch? Ja. Mir auch. Schöne Aussicht, gefällt es dir? Ja. Kommt, Jungs. Ah. Wow, komm schon. Oh, meine Jungs.